Der Antlingler... Der Antlingler... Ich tag, oder? Nee. Bett! Hast du mich geschrieben? Ja, das dauert ja wieder ewig, wirst du... Fuck! Bis du mal das Ding reingeht. Hast du es geschrieben? Aber okay. Das Bull Cup und der Beaver Creek. Wann geht das heute Abend los? 18, 15... Tobi Bett! Tobi! Tobi... Bin noch drin. Ah, okay! wenn wir haben wir uns an die Kau der Ende der Welt das ist angeklaut wenn die Sauer ich habe es nicht realisiert also geschockt ich glaube ich bin aber auch ziemlich viel ist man sagt oder eigentlich schon unter die Böden aber wer weiß was in die Böde ist das nicht ich habe auch kann auch nicht mit Kenz wenn wir schon kann man kann auch eine Kurs zu finden Kürtel so geht die Kürtel nicht gewusst als sie nicht auszupen die Nürnberg und es geht nicht Köln das war mir das geht schon um die Auge was das man das braucht auch meine Erwartungen auf die Tüte mit der Trächtigkeit das ist ein paar durch fröhlich aber so wie ich mir und so nach wie sie damit ich weiß wo die nächste darin wird ich muss erst mal was zu essen ich hätte für sich die Treibenden zum Brotmann ja war nicht schlecht die Fischhürste ganzes haben sie noch draußen der Kistiker in den Hühnern ich kann die Brot Taki Brot hat sich verdammt der Volk von Fumont ich wollte diese Verbot das war du bist nur damit aber 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 nein hier unter das so richtig geworden aufmüssen Ritter Winterlandschaft aber noch zwei Leitmann ich mache jetzt ein Boot das ist auch ein Zesel und so nicht das lohnt sich nicht wenn das schritt mit der Stücke mal für die Küche gleich laufen so er wird sie das weiß man gehört weiß diese sie weiß die große so wieso das er wird auf Disco-Bowling ist das Schwarzlicht richtig witzig okay 6.0 Alkohol wenn du es zahlst ich zahl das Bowling okay wir müssen bestimmt guckt die ganze lauer schweck ja ja bis 10 so schätze ich soll hier ist noch ein Lava wo ich sagen wir noch mal ach genau vor mir genau ich sehe es gerade noch nicht wie wir uns die Welt hier gerade nicht so richtig auf das Mek nix hey hey einmal gibt's und die Sorge ist muss gekriegt und gepfandt Eikipan das nicht ich sehe ganz viel aber gerade wenn ich die Welt schauen kann wir können doch die Dahlgarten uns ganz vieler was war fast Tobi wir haben aber sehen Prozent des Facts jetzt auf dem Tobi scheiße Gatt Schlauers direkt im Haus Prozent der Stadler und dort ist auf jeden Fall 8 das gab ich kann damit kommen ich bin kein Kohl der und kein heißen also ändert mit der Ecke haben wir schon also nicht wieder in der Anwanderung haben wir einmal um ein bisschen zu tun und zu tun und so einfach Thema von Rudi man findet schon Eisen und Kohle in der Börse in der Schweden der Gehördung Prozent ein bisschen schwierig heißt ja das normal ist ein kleines ist weil die dann schon sie sind als theoretisch viel weiter unter den bergen auch wenn du jetzt irgendwas dafür nicht dass die existieren nicht so richtig das ist ein bisschen komisch gemacht also muss ich sag ich brauche nämlich eisen dringend was für was einmal ja in einer kann ich ganz von uns immer ausleihen gibt wo habt ihr den eisen gefunden wir sind ganz tiefen wir sind dann erst einmal sumpf gesucht sind wir sind immer noch der gleichen höhe und dass man dann dann schweigen da kann man bei mir ist wieder also das ist wenn ich jetzt vielleicht ein eisen hier oben fack okay ich muss dann schon zu gehen Abolto wird auch um ein also heißen ein ich habe nur er dann nur unterliebt denke ich gestehen dann mache ich noch mal zwei Eimer wenn wir sie den Berg jetzt runterkommen oder wie das ist ja wirklich schwul wir sind ja schninkisch die machen auch grünen dann fackelt ich sage ich bin aus dem die zu groß geratenen werden muss gern wollen sie hier mal vier diese reichen nein weil ich die normalen bäume zu groß wachsen so er muss auch immer so erweitig worum suchen das ist echt schön einmal nicht die kistik ein amerikaner man kann kann am karten oder sind ich habe das seite finden sie nette hier hat eine höhlich die leute ich habe das allergeilste weggefunden Was hast du gefunden? Das ist das geilste der Welt. Ich hab... Gerade eben hab ich so... Kann ich doch auf die Welt schauen, gell? Da hab ich gesehen, dass da drüben ein riesengroßer Dungeon ist. Bin ich auf die andere Seite gegangen. Und da hinten ist ein Meer. Also ein riesen Meer. Und da bin ich runtergesprungen. Da geht ein Wasserfall von oben runter. Und hinter dem Wasserfall ist eine Höhle. Und da ist auch ein... Also da ist der See auch noch. Und wenn du dann da runter tauchst, dann kommst du in so ein Dungeon rein. Das hört sich jetzt ziemlich cool an. Wollte dir auch grad sagen. Der muss schon da zu tief runter tauchen. Aber ich will da jetzt nicht allein runter, weil ich Angst, dass ich da drüben, weil es ziemlich tief runter geht. Und wie soll ich jetzt zu zweit hin? Das ist natürlich besser, da kann man... Ja, zu zweit stürmen. Nee, aber wenn der eine stirbt, dann kann der andere schnell sich irgendwie runterbauen, mitüberleben, kann die Sachen wieder mitnehmen. Und ich hab jetzt keine Ahnung, wie ich auf die andere Seite... Bobby, also ich bin jetzt auf dem Weg zu dir, gah? Ich hab keine Ahnung, wie ich da sage. Der sagt ja, man glaub ich. Ich seh'n Sie. Ich bin eine Minute da. Wie lange bis es Nachtort trifft? Noch lang. Sicher? Nee, Hälfte vom Tag. Nee, mehr als hier. Hälfte, drei Minuten. Drei, vier Minuten. Kurz Nacht. Ja. Ich glaube nicht, gut ist, weil die grad... Ah, da unten ist Kohle! Oh Gott, die kann ich abbauen. Wie muss gerade aus, um das Gebäude rumschwimmen, um wieder zurückzukommen. Da kann ich doch nur ein Boot mitgenommen. Wieso? Da könnte ich über... Herr Wächter, über das was schneller fahren könnte. Und Boot, Tee, lohnt sich nicht. Ich kann nur noch nicht, das ist alles eine Steilwand hier. Ich komme nirgendwo. Wo bist du übel? So runter. Und nee. Und da. Ich bin jetzt vor deinem Haus. Aber hier könnte ich das nicht. Ich komme mit. Ich kann nicht eigentlich allein lassen. Aber auch einfach mal die Radios. Okay. Aber wenn es Kohle gibt, dann muss es doch bestimmt auch Eisen geben. Wir haben das Bild, haben auf jeden Fall nichts gefunden. Auf der Höhe. Ine, Eisen braucht auch eine bestimmte Höhe zum Spawnen. Akurde nicht, oder wie? Oh, Hammer geil. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Wie viel Arbeit ist da? Genug für uns? Genügend. Für den nächsten zwei Jahre Vorrat. Ich bin eigentlich... Höhe 88 ist gar nicht so hoch. Oh, ich bin schon lieber. 88 hat ich eigentlich schon Eisen. Du bist, äh, Y-Stein-Din, gell? Deine Höhe. Ja. Habst du 88? Ja. Ab unter 64 finde ich scheißen. Oh, okay. Ich bin mir gerade noch früh hoch. Ja, so dick. Ich habe ich gerade das Gebirge wieder. Ja, ich bin noch ganz unumgleich. Ja, ich bin klar. Ja, ich glaube, ich muss nur einmal laufen, aber dann habe ich... Also, ich glaube, wenn ich auf meinen Insel bin, bin ich nicht mindestens so früh 200. Okay. Nee, hügelig glaube ich ein bisschen öfters laufen, wenn wir durch vier Eimer oder was? Fünf. Fünf. Dann haben wir zehn, zwölf... Nee, wir... So, zwölf wurde... Nicht, reicht nicht, oder? Nee, wir haben es eins bereits gemacht, also doch zwölf reicht sogar. Vier, acht, zehn, zwölf. Nee. Vierzehn war aber. Unten vier, oben vier. Achten dann jeweils drei noch hoch. Das heißt, ich... Ich brauche noch mal... Also, ähm... Ja. Müssen wir noch einen Eimer holen, oder? Ah, ich sehe dich. Ich tue es gerade rein, Mann, oder? Ja. Also, Leute. Bett. Bett? Ja. Okay, warte. Okay, sorry. Ich muss noch... Also, es ist... Total... Jetzt Richtung Bett laufen, langsam. Nee, dauert ein bisschen noch bei mir. Scheiß ein bisschen. Nein, Hup, stirb! Danke, Hup. Ey, ich... Kurz vor meiner Leiter und lautet... 20 Sekunden hochzugehen. Go, Leute. Go, go, go. Beziehungsweise, das heißt, kurz vor meiner Leiter... Sieht kurz aus, aber dazwischen die Berge irgendwie... Und ich traue da noch ein Feierzeuggang. Ja. Das war mir schnell. Ja, haben wir einen Flint überhaupt? Ja, wir müssen einen Flint, bis wir haben. Und 30 Kies, kaputt. Nicht aber, ne. Also, falls wir den Flint brauchen, dann... Das wird nur keine Eisen gab. Gott, ich bin nicht da vorne runtergekommen. Ich bin einfach runtergesprungen. Okay. Ich bin auf dem Weg. Ich bin dran. Der Spot G-Set. Ach, stimmt. Nein, ich bin wieder runtergeflogen. Oh, Gott. Zum Glück war er nicht so weit oben. Wo schon so ein ganzes Eisen hin. Äh, ich hab's nicht geklaut. Wie viel hatten wir? Wie viel der Stock in der Trohe? Null. 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 Oh, Mann, nein, ich sass noch mal in den Tag. Ich hab' den Kopf. Was sagst du da? Folgender Plan. Du stürfst jetzt einfach, denn bist gleich bei deinem Bett. Sicher nicht. Er hat auch ne ganze Zeit noch. Der hat die Eisenrüstung an. Und Eisen und die Eimerte ja auch. Du bist jetzt nochmal zurück zum Tobi, oder was? Nein, ich geh ins Bett. Wo wirst du? Auf dem Weg nach oben. Bob, wieso wollen wir jetzt eigentlich schlafen? Das ist doch sowas von egal. Wir überleben jetzt die Nacht schon. Nee, aber ich weiß nicht. Ich brauch Tag. Ich will das Tag. Halt's mal. Komm, wir auf Tag. Halt's mal. Halt's mal los machen. Zu gutes Argument. Was flimmert eigentlich so und das ist eigentlich sofort dunkel, das ist mir auch aufgefallen. Flimmert hast du zufällig auf die Super Secret den geklickt, bei Options Super Secret Settings. Ja, glaub schon, was bedeutet das? Das kannst du 20 Mal durchklicken, ungefähr, bis du wieder zum Normalen kommst. Ah ja, genau. Nee, war glaub' mir das 20 Mal. Okay, ich bin da. Was hat die an dem Bett? Ja. Tobi? Tobi, 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 Tobi. Tristan oder, Tobi? Ich bin, Tobi. Ich bin, Tobi. Akkreshaft. Okay, wir kehre. Er ist noch ein Eimer machen, oder wieviel brauchen wir noch? Ja, ich hätte noch ein, deshalb, ja, ein不用. Ja, aber sechs. Ich würde gerade mal in der letzten Augen auch noch hin. Schade. Ich hab den nicht. Aber sonst hattest du mir ein. Ja, ich hab den hingefrocken. Das ich�m frauen Ludum. What, 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 what... Allot, allot, komplettener Skeletten. aber das heißt nicht dass der Goldtropke das kann auch sein dass alles trottet und die sind aber ziemlich stark und aufpassen der ist sowieso auf so einer komischen Glückwunsch auf so könnte er steht einfach so eine Kürze am besten zu Tobi hin alles ausprobiert tot das ist ziemlich umständlich aber ich schaff's wahrscheinlich über das Meer gehen am besten ja doch was mehr drüber das ist eine Hexie wieder wach das ist einfach eine Hexie bei uns am Haus ah jetzt gekillt sind sie getroppt ich glaube auch Tränke wenn du Glück hast ich habe ganz schlecht Sugar bekommen und ein Klo äh Klo dass das und das ich dachte ich truppe nur Tränke irgendwie Tränke zu lösen ich bin ganz selten ich weiß nicht genau und die voll von der Sorge ganz oft mehr schon die ganz selten ob sie tränke Leck Schäge das gleich weiter runter geht weil er ist voll das Feld von dann geh jetzt bis zum halb oh 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 Creeper ja im halb höchstern auch auf das gleiche oder ich schaffe mir ja noch das Treppenrecht zu bauen dann passt das ah ich sie tue es aus bis zum halb um morgen aber auch keine große Zeit Menschen so zu erweitern aber sie denn da und auch die war auch noch weiter hierbei ich gar keine Dinge wie so laufst du lang begleitet ich mich ich hoffe ich bin irgendwie wieder zurück und auf den Tobi wenn es geht kann ich kann schon der ist ja ich habe zu leisten weil ich will nicht mehr zu kaufen das ist ein heißen verschiebt jemanden gefunden was er hat mich schon so mit dem Ordnung und erledigt auf dem Weg nach oben wird okay das Sonderaufmauung überstehen haben so wie das meiner aber so selbst schweiz sind schief die Barstatt Prozent steigt einst das alles in Folie da wird so was er noch einmal auf den Seinstein Eitel voll kann schon mal die Form an der Aussie uns starben ich komme doch ich habe das Kind also okay der Boot wenn es baut so ist ein Verstand das so sehr überhaupt nicht hier Euro doch er ist nicht kaputt gemacht ich hätte es schon gesagt macht nicht kaputt also ich es schafft was ist es nicht so schön schön wenn sich er immer aus der feld zu bleiben reisen er war auch hier sie geht er ab jahre weil das nicht ich stehe auf die jahre sind ich liebe dich Nein, ich bin nicht bereit dafür. Nein! Ich werde so lange warten, bis es bereit für mich ist. Ja. Ja! Du kannst schon mal das ganze Ding da oben wegbauen. Ja, bin gerade dabei. Okay. Also, ich suche jetzt Diamanten. Ich hab Eisen. Manchmal hier muss, auf der Höhe muss alles hin. Vier Stück. Und ich hab fünf Eimer dabei. Ja, ich muss keiner mehr laufen. Ich find viel Kohle als unendliche Lava-Quelle gäbe. Oh, Wasser drauf. Und jetzt ist dann anzünden. Kostüm. hoffentlich hat es sich gefällt das ist und ich habe den Eisen sind richtig stand das ist ein anderes wird es gut eisen geben das hat von der Mieter was die Mieter ja es geht dort zu sagen die Zeit oder sei zwei hat das hat das war kurz sagt er was sie tun und in der alten ich habe es ja jetzt ab in einem so und zu sehen wird das nicht gestorben das sicher von der Kippsern ruhig gestern bitte 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 das wird ja nicht schon auch nicht wegschließt und reizt ich sehe aber nicht gerade übel betrüger wir sind drin das ist nicht weil ihr netter geht es ist bestimmt weil juli weg ist ja warte ja ruhig doch beim essen okay wir gehen zurück oder vertrieben wir noch so ein geiles close down und so ein geiles artzimmer abbauen kann das genau rechts nehmen uns auch was ist dann nicht so erdingten der ausgleichen erdosen oder den ganzen kassel kultusseulen trotz machen muss ja ja das machen wir können wir zurück ja okay kann man schon mal machen und dann will ich jetzt so schnell was zeige ich es muss man ja nur zwei mal zwei zwei mal drei groß für die amtschützten schon scheiß als vieles erfüllen kann man ausgüttelt wird sich das das soll das sein gehen ich bin draußen stimmig hallo ja ein Teil Elton Papier ist das Erkrankung bei mir ist hier ein so Ding wo eine andere Farbe hat und die Städten können auch Köln für sich erst einmal die Bote rein über die Bote rein er ist er nicht ab kein reizten um war abkanzlei sind an der zweite ausgeschafft ich bin wohl vorliegen als er scheiße die auch auf der schweizung und die obwohl er nicht werden kaum noch von uns genommen nur ich will was zeigte es gibt aber was kommen wir zu den berglichen zu was zeigen in meiner tschäme die ich bin jetzt noch mal also da hast du wirklich wenn ich erwartet ja irgendwie schon die Räste ist das sind die Städte der hier in Fahrt hochgeworden linken Seite er ist hinter ihm das war der Wasserfahrer was dort ziemlich nice aus sehr ganz schade wenn er und jetzt kaputt gehen würde ich bin nicht mehr so weit weg finde ich immer wieder zurück ich muss mal extrem schnell extrem schnell ach das ist hammergeil das ist so richtig unter Wasser mäßig hier da ragt der Fels bis ins Wasser rein besucht hatte jetzt gehen wir raus hier und schon zu tun und zu tauchen und schon nach unten Wasser rein das gibt es doch nicht wenn zwei Heisen ist ja nix so bis man nur so wahnsinnig sondern unter Wasser für die Halt das ist richtig in Tamschen wo haben wir für die diese Runde geht alter so jetzt wird es jetzt ist ein bisschen verschoffen kommt ganz nett ich hab du bist in der kleinen Stelle ich gehe doch ich bin der Redner wird ein Martin nein weil ich extrem cool bin wo geht es in den dungeon rein ich sehe ihn nicht oh mein gott der brosche eh nichts mit der was was abbauen ich sehe dungeon hügel ich sehe ihn nicht ich sehe ihn auch nicht hier geht sie schon mal irgendwo reingehen nicht auf den reichert sich so beeindruckt woche hat und da ich habe luftloch geschaffen der bordeleuf hatten vorgelegt geht das für die vertreten der die im ganz gesellschaften schochen geht die kaputt 1 schon noch witziger also der cobblestone braucht kann mich fragen ich habe viel sehr sehr viel wir kriegen jeden zehnten ich habe bestimmt ein 64er steckte nach steckte aber immer noch ich will wieder da rein kommt aber irgendwo muss es sein also ich fahr mal wieder zurück die warte eisen eisen ich will wird ich will zu hause sein als dunkel wird aber wir müssen da müssen es auch forschen die mal reinkommen in der Hand und die warte ich jetzt auch ein Jürgen Kölzer auch machen die Luftflaschen machen geht aber das ist die Welt so schlecht die Grenze und und es wird drei Minuten unter Wasser atmen können es gibt drei Minuten fett soll ich sagen wir gehen jetzt zum pennen und dann lassen wir es für heute das dauern bis bis ich nach hause kommen mein Bruder ich kann putriga nein du musst dir neues du musst dir mich heute nicht mehr an du musst dich abholen wieso denn nicht ich bin schon halb zu Hause ich habe leider den Hausschlüssel Prozent nein du hast die Eisentüren gebaut du hast den Hebel dabei du bist so geil mit Schlüssel geben ja das wäre ich du bist du mehr manche Türen mit Schlüssel öffnen kannst ich bin und hier und ruhig war schon der Block ringsherum weg mit der Türen auf die Welt sehen damals ein ganzes Haus ist nur mit Schlüssel zirn sie geht so wie auch geht dann wird es funktionieren st ich habe nie was man sehen hier alle schütteln war sie da unten man die Welt sehen ist echt witzig ich jetzt nicht so mein bursche wird kaputt ich habe nicht gesehen, dass eine Insel vor mir kommt Oh, ich bin fast am Haus Fast am Haus Also sind schon alle im Bett Tja, ne Den mal, Luki Ich bin auf dem Weg, seit 10 Minuten Wo bist denn du hingewiesen? Oh, ein Creeper Oh, ein Creeper Oh mein Gott Vielleicht könnt ihr doch schnell ins Bett kommen Irgendwie mit Creeper Ja, noch schön Ich finde, ich bin ganz rot durch die Laufen, damit ich Das ist doch Dankeschön Fuck, wie komme ich nach Hause? Nimm mal der Sonntagsektor, ja Käse wieder ein Hühnchen, fast entflohen Die dritte Stelle aber rein Jetzt da rein Zombie, hör auf mich wegzuschucken Ich bin vor dir oben Ein Archie Nein, Eier Hm, Eier Hm Ich bin so ein bisschen Sie sich nicht da Das Portal von Von allein leuchten irgendwie Oder stellen wir die Fakten in die Bord Ich habe das angezündet Das meiste, was brennt leuchtet Frage, ich habe mich verlaufen Das ist gleich, nicht von allein Das ist zu nicht cool eigentlich Und gefällt mir nicht Ich bin auch weiter weggelaufen Wir bauen ein irgendwann ein gigantisches Portal, wo dann alles mit Licht erfüllt So zehn, mit zehn Kilometer So zehn Kilometer Bei auch Gas und richtiges Portal Dann Tausend Glöcke breit Und keine alles lögert Und keine alles lögert Und keine alles lögert Und keine alles lögert Und dann kommt ein Schein, ich pick zum Bieter Wercht alles nieder hier Oh 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 Okay, hier war es wird verdammt Ja, äh, äh, es müsste Spider-Man will nicht Spider-Man? ja bei der männer auf schluss jetzt es war dann ist es bei der sich normal trainiert ich bin noch lange nicht in meinem bett kann ich wieder aufstehen warum man lange er ist auch ein bisschen bisschen daheim ein stück war schwer tag und ich habe es für ein paar Punkte dann das passen die kommt das ist zufrieden sein Mike mein Gott die Mucke kommt nicht zufrieden ich bin ich bin ich wenn die Lenden Kieler und bin ich aber ich bin jetzt an einer Leitkopf wenn man sich nicht mehr als ich Hunger habe das Kuss mit einer Hohen herkommen und hier hinten noch die ding ich komme gleich mit meiner hure okay ja warte schaue 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 und schon mit schaue okay ja ich kann auf reichen zu sein muss jemand was er reisen diese eisen sein die sich in einem seien z ja wie bescheiden sonst sagen der liebsten und dieser einfach so einfach gar nicht gar nicht helfen ich bin ein bisschen ich kann es jetzt so weit ich habe das ist so weit ach so die sind ich stehe im Garten und haupten hatte treibt und es hat drei gekauft hat es ist der Besitzende und der größer wir müssen aber mal dass die reihe er fällt woanders hin zu tun und so dass es heißt wird aus was soll er mit sich so voll vor nach zum Buch und Garten aus und schließlich der okay wenn man bei einer Garten an der Außen in dieser Schilderung Koloss mit Bambus mehr als ich bin ich bin es übrigens daheim schon als auch das wird Tieter auf ab als später aber heute der Kriste schon bis ins Beinicht wenn es dort Tö das ist die Kassel ich bin im Bett